Komm schon, Peter! Augen auf das Ziel und Feuer! Ich schaff das! Ich schaff das! Oh, ich glaub, ich schaff das! Und los! Ähm, das war nicht ich. Hey, willst du mich veräppeln? Äh, sorry, Sammy. Ich hätte nicht mit dem Bogen anfangen sollen. Schau dir meinen coolen Dolch an. Achtung! Reiß dich zusammen. Stell dir deinen Rivalen vor. Tja, wer ist der Stärkste hier? Ach, Peter! Peter, aus dir wird's wirklich kein Ninja mehr. Ah, wir fangen besser mit was Leichtem an. Okay. Und wusch! Oh, komm schon. Du brauchst auf jeden Fall noch viel Übung. Ich bin einfach müde, Sam. Kann ich eine Pause machen? Dann lass uns anschauen, wie man Ninja-Waffen herstellt. Okay, wenn ihr also echte Ninjas werden wollt, braucht ihr besondere Waffen. Rang an die Arbeit! Diese Dreiecke werden zu scharfen Messern! Willst du mir Angst machen? Ich dreh den Spieß um. Du hast nur eins und ich hab zehn Messer. Was sagst du dazu? Nein, schau her. Moment. Gib auf, kleiner Mensch. Du kannst nicht gewinnen. Puh, so werden wir nicht fertig mit unserem Ninja-Handwerk. Komm schon, wir haben es fast geschafft. Vorsichtig. Du machst eine Sahorei. Ich warne dich. Aha. Schau dir das an. Mein Ninja-Talent zeigt sich. Hi-ja! Yeah! Ich zeig dir, wie du sie richtig einsetzt. Ciao. Auch ich dreh nicht nur Däumchen. Schau her. Haha. Das Wichtigste ist, alles zusammenzubauen. Ohne mich, den besten Ninja-Trainer der Welt, schaffst du das nicht. Hi-ja! Da widerspreche ich nicht, sonst werden wir nie fertig. Und? Ah! Oh, da ist ein Rückholmechanismus. Trainer? Störe mich nicht. Ninja-Trainer sind sehr beschäftigt. Ha-ha! Gefahr! Haha. Sammy, komm zurück. Das war ein Scherz. Packen wir es an. Ich brauche deine Hilfe. Dann beeil dich. Und keine Pause. Keine Snacks. Und keine Nachrichten an Susi. Warum das denn? So oft schreibe ich dir doch gar nicht. Hm. Würdet ihr Susi und mich gerne wieder zusammenbasteln sehen? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Und? Du könntest sie mit meinen Trainingsmethoden nerven. Ich beobachte dich. Ich? Niemals. Obwohl, der Ninja-Kodex erlaubt das. Gut. Du hast deine Wahl getroffen. Dann mach's gut, Peter. Sammy, sieh dir mal diese sanfte Kurve hier an. Was sagst du dazu? Ach, und könntest du einen Pfeil finden? Ich hab nichts zum Schießen. Erledigt. Hab ich dich hier mal zum Stich gelassen? Toll. Jetzt bin ich dran. Ich coache dich beim Laufen. Wow. Knapp vorbei. Bleib lieber beim Basteln, Peter. Alles klar, Chef. Ich hab hier echt einiges zu tun. Also, was ist das? Ein Flugzeug, ein Boot oder ein Hut? Sag's uns. Wenn ich alles alleine zu Ende bringe, dann machst du einen Kopfstand für, sagen wir, 30 Sekunden. Ich mach' einen für 30 Minuten. Das hast du sowieso nicht. Deal. Du wirst schon sehen. Ich kann den ganzen Tag lang stehen. Ich pumpe meine Schleimmuskeln auf. So, schau, ich bin fast fertig. Kannst du erraten, was das ist? Wo ist deine große Schleimintuition? Ich hab sie verloren und bin auf der Suche nach dir. Warte, das brauch' ich. Aha. Jetzt hab ich starke Metallklauen. Leute, es ist Zeit für Peters Training. Dann kommen wir zu. Ah, 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 ah. Hey, ich hab schon eine Stunde durchgehalten. Peter, ich bin müde. Was? Das waren gerade mal 10 Sekunden. Du hast doch gesagt, du schaffst 30 Minuten. Ha. Oh, Sammy, Sammy. Halt durch. Hilf mir. Ich kann nicht mehr. Erkennendes machen du es nicht. Das werde ich mir merken. Kommen wir nun zum wahren Ninja-Business. Schau mal, was ich hier habe. Oh, was ist das? Ich erkenne doch nichts, Peter. Ich mache eine Klinge für einen Klappmesser. Beweg dich, Sammy, los. Die Hauptfigur sollte doch im Bild sein. Was, wenn sich jemand auf mich stürzt? Ich muss vorbereitet sein. Stellen wir das auf die Probe. Hier bin ich. Ein böse Fremder. Komm. Das ist unfair. Ich war nicht bereit. Ich meine, mein Klappmesser war es nicht. Komm schon. Was soll ich sagen? Der böse Fremde konnte es nicht erwarten. Wir werden sehen, wer das stärker wird. Warte. Fertig. Verteidige dich. Ha. 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 Was wirst du jetzt tun? Ha? Ich habe dich und deine Papierwaffe erobert. Ich mache noch ein Origami. Das wird ein viel cooleres Kampfwerkzeug. Wir, die wahren Ninjas, sind in der Lage, schnell zu lernen und finden Ersatz für jede Waffe. Hast du keine Angst, dass dich jemand attackiert, wenn du bastelst? Hä? Du beschützt mich doch, oder? Du bist doch ein starker Ninja. Ninja. Niemand hat eine Chance gegen mich. Aber ich bin trotzdem froh, ein Ninja-Klappmesser bei mir zu haben. Schau, ich nutze Ninja-Geschwindigkeit. Ha. Hat geklappt. Hey. Lass dich nicht ablenken. Eine neue Waffe wartet auf uns. Mach weiter. Glaubst du, das hätte ich vergessen? Ich kann gleichzeitig basteln und reden. Weißt du? Ha. Nicht schlecht. Wow, kannst du auch das? Ein Becher balancieren, ohne etwas zu verschicken? Mit einem leeren Becher könnte ich das auch, Sammy. Versuch nicht, mich reinzulegen. Hm. Mir machst du nichts vor. Haha. Kannst du das hier? Uh. Schau nur, wie stark ich bin. Ja, cool. Kannst du das hier zusammenbauen? Mal sehen. Sicher, folg mir. Ich brauche nicht mal eine Anleitung. Und zum Schluss bringe ich den Griff an. So. Na, kannst du das auch, Sammy? Versuch's. Ha. Ha. Usch. Usch. Ha. 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 Ups. Nun, das kann jeder, Peter. Okay, wenigstens bin ich gut im Bastel. Schau dir das an, du Neuling. Jeder Neuling kann mit Papierkugeln schießen, Peter. Das mache ich nicht, Kumpel. Du wirst überrascht sein. Das wird alle Feinde verjagen. Ha. Ha. Gib mir ein bisschen Zeit, alles fertigzustellen und du wirst schon sehen, wer der Boss ist. Und jetzt, Sammy, der gruselige, wirst du besiegt. Das wäre nicht so stark, wie ich es befürchtet hatte. Ich wollte dich nur ablenken, um das hier vorzubereiten. Oh, Peter, du bist so schlechterin. Du hättest mir Kaffee machen und mir Snacks geben können. Oh, ich hätte auch Lust auf Snacks. Konzentriere dich, Peter. Zurück zu unserem Ninja-Training. Ich brauche Waffen dafür. Deshalb bastle ich das hier. Was meinst du? Echte Ninjas brauchen keine Waffen. Warte, bis ich dir diesen Trick zeige. Bäh. Und die Schleuder ist fertig. Testen wir sie an unserem Meister. Ich brauche eine Pause von Ninjas. Leute, bleibt dran. Ich bin gleich wieder da. Während Sam beschäftigt ist, erzähle ich euch von meinem Ninja-Weg. Peter, was für ein Chaos hier. Schau, was ich gefunden habe. Oh, mein Geschenk für dich. Und ein paar weitere sind auf dem Weg. Ich mache sie fertig und in der Zwischenzeit kannst du dich umsehen. Oh, das ging aber schnell. Ich habe keine anderen Papierhüte gefunden, aber schau dir das an. Oh, jetzt habe ich also einen coolen Doppeldolch. Ein Lehrer in meiner Ninja-Schule hat so etwas Ähnliches. Er hat mir gezeigt, wie man ihn dreht. Hier. Okay, ich gehe den Doppeldolch, wenn du fertig bist, Peter. Wie du willst. Ich beeile mich. Was ist das? Ich habe eine super Sicht. Was hältst du von einer super schnellen Waffe? Warte, bis du sie in Aktion siehst. Schau genau hin. Auge, ich werde deine Fähigkeiten später prüfen, wenn du fertig bist. Oh, das wird nicht lange dauern. Wow, schau, keine Tricks, nur ein Kunststück. Dank der Ninja-Schule. Es sieht aus wie die Scheibe, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Ja, sie sind ähnlich, aber diese hier ist kleiner und deshalb schneller. Hoffen wir, dass nichts kaputt gegangen ist. Ich schaue mal nach. Hab nichts gehört, also bin ich guter Dinge. Jetzt werde ich etwas malen. Peter, was machst du da? Wir machen doch Origami. Okay, ich wollte dich nur testen. Wusch, hier sind die Klingen. Kleben wir sie zusammen. Hier ist eine Medaille für deine Bemühungen. Danke. Ich danke meiner Mutter. Und wie war ich? Rühren. Wenn du fertig bist, bekommst du eine weitere Trophäe für diese Meisterschaft. Zeit, etwas schneller zu werden. Schau mal, ich hab so schnell gearbeitet. Hab ich noch eine Medaille verdient? Mach weiter und bleib konzentriert. Nimm dich. Mein Super-Ninja-Messer ist fast fertig. Damit werde ich jeden Rivalen besiegen. Bastel nicht leicht. Du solltest üben, sie mit deinen Gedanken zu kontrollieren. Ich hätte sie schärfer machen sollen. Vielleicht kann ich die alten Methoden der Krieger anwenden. Ach du lieber Peter. Peter, das soll wohl ein Scherz sein. Sammy, das war nun Spaß. Und für dieses Handwerk hab ich noch einen Trick. Bumm. Gefällt er dir? Aber du hast ein Teil vergessen. Oh, es ist eine Kugel. Danke, Sam. Ich werde sie gleich benutzen. Uff. Yay! Testen wir die neue Waffe. Mal sehen, wie sie euch gefällt, Freunde. Wow, cool! Ich werde sie nicht. Peter, wir kommen ins nächste Level. Sieh auf den Böcher. Ich bin bereit. Und Schuss. Du hast es geschafft. Ich bin ein echter Meister. Und ich beanspruche diese Klinge für mich. Wow, Peter. Wow, was ist das? Mal sehen. Ich kann es nicht glauben. Ich zittere total. Eine Einladung zur Ninja-Meisterschaft. Was für Neuigkeiten. Ich werde eine Trophäe bekommen. Reine Zeit zum Feiern. Wir müssen trainieren. Hütet euch, meine Feinde. Schaut ihn euch an. Ich habe viel Arbeit vor mir. Hütte Zeit für's Leben. Abonniert unseren Kanal, Leute. Bis bald. Autsch. Achtung. Ja, Meister Sam. Ich komme. Tschüss zusammen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.